Hello, da sind wir wieder bei Rocket League. Bei mir sind Shiva und Ralle und weiter geht's. Hi. Hallo. Hi, hi. Es kann nur besser werden. Das war ja böse eben die Folge. Direkt nehmen, direkt nehmen. Ja und den nehme ich. Oh, schade. Sorry. Na, alles gut. Ich fahr mal zum Tor. Na, mach das. Was passiert da gerade? Was tut es? Jetzt erwischte ich nur ihn. Ich bin zerstört. Geht weiter nach vorne. Treffe ich nicht. Sehr gut. So nimmt man den Ball mit nach vorne. Bin in der Mitte. Aber nicht da, wo die sind. Jo. Oh, fuck. Oh, jetzt dreht mich hier. Shiva. Ich bin nicht weit hinten genug. Zu weit vorne. Schade. Boah, stark gemacht, wie er da abprallt. Er braucht ja nur noch hochfliegen, ey. Ah. Ralle. Oh. Oh, diese komische Flugdreheröffnung, ne? Boah, der ist noch zu weit. Ich hab keinen Boost. Oh. Bleibst du dran? Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ja. Oh. Reicht? Ja, so. Ja. Gerade noch so mit dem Reifen erwischt. Äh. 25 kmh. Ja, ich war überfordert. Schöner Pass. Ein guter Pferd, ne? Dann nehme ich das Ball selber weg. Ich gehe weiter zum Ball. Bin mir nicht sicher, ob der Torwart gerade AFK ist. Jetzt fährt er. Oh. Ja, gerne doch. Passt sogar mal. Ja. Da. Da. Ganz langsam reingezwibbelt das Ding. Kann man genau so machen. Das war doch wie geplant. Schön. Wow. Du riefst aber genau in da. Ja. Oh. Hau ihn rein. Hätt ich. Chiba, geh doch rauf. Ja. Ja. Der fliegt da dran, ne? Ich komm da nicht hinterher. Der fliegt ist schwul. Okay. Dann taucht der Torwart wieder auf, ne? Die hinten. Oh, der hat ihn gut hinter geschossen. Mach heim. Oh. Oh. Oh, ich bin nicht da. Hoi. Sorry. Ich ging zurück. Huiuiui. Alles gut. Alles gut. Boah. Geht's im Ball. Ich bleib am Tor, Calls. Nein, ich bin aufs Tor. Hm. Alles gut. Schön. Bleibst du dran, hier, ne? Ja. Boah, wenig. Weckram wieder ja. Oh Gott. Oh Gott. Geh ich nicht. Alles cool. Der ist weg. Alles gut. Da fahr ich hin. Uh. Oh, Entschuldige. Oh, sorry. Vorbei. Oh, nein. Wie ist das denn passiert? Hast du ihn berührt, Shiva noch? Ja, ne? Ich glaube. Nein. Nicht? Das sah so komisch aus. Hat er ihn zweimal berührt? Ach, tatsächlich. Oh, wow. Übel. Übel. Krass. Krasses Ding. Hab das gar nicht gesehen eben aus dem Winkel. Shiva, du fährst? Hm. Oh, da komm ich nicht dran. Das war schneller. Schön drüber geluft. Bleib dran. Oh, weiter geht's. Oh, geh nach hinten. Ich fahr hin. Ich fahr hin. Ich fahr hin. Oh, leg da drüber. Oh nein. Nein. Ich dachte er schießt, ey. Und ich dachte er schießt. Nee. Er leg da nochmal zur Seite. Okay, ey. Hat er nicht schlecht gemacht, ey. Mit seinem dicken Bus. Das A-Team. Tor ist frei. Oh. Jetzt ist auch unser Tor frei. Ja, ich flieg gerne durch die Luft. Ich bin grad ein bisschen raus. Geben die Mitte. Oh. Oh fuck. Okay, ich geh wieder hinter. Oh. Genau, über mich gelupft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ei, 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 ei. 2 zu 4. 20 Sekunden. Ah, das war böse. Da ist doch nur einer, der wirklich was drauf hat von denen, ne? Oh. Ja, der Otaku, glaub ich. Der ist ziemlich stark. Na, der ist wirklich an jedem Ball und echt stark. Nicht noch einen. Merkt euch den Spieler, ey. Gegen den nicht nochmal. Direkt ban. Ja, der war fies. Hat alles gemacht. Und was wurde ich denn überhaupt eingereinkt? Gold 3, glaub ich. Wie sieht man das denn? Steht unten drunter. Grad eben auch an dem Symbol vor deinem Dings. Nach dem Spiel quasi. Shiva fährt. Da bin ich vorbei gefahren. Oh, ich bin... In einem Tor. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Hast du mich weggeblockt? Alles gut. Ja. Der geht nicht rein. Aber jetzt einer vor. Schön. Warte mal ein Tor. Oh, ist das jetzt, wenn du den Ball mal nicht weg bist. Kacke. Shiva kann schießen. Oh. Ich fahr in die Mitte. Ja. Ich bin im Halbfeld. Boah. Zerstört. Der hat mich direkt aus dem Tor genommen. Oh. Ich krieg ihn nicht weg, ey. Was für'n Sack, ey. Fährt mich im Tor einfach kaputt. Ja, was haben sie hier? Glück. Ah, toll. Guckst du mir auf den Tor, auf den, was die Torwart weg ist, wenn der Ball ankommt. Ja. Er wollte mich wieder kaputt bauen. Ja. Oh. Gut. Der war voll reingegangen. Alles gut. Ey, wir kriegen den Ball da nicht weg, ne? Nee, so richtig. Oh. Kacke. Das stellt mich auch noch so blöd an. Oh Gott. Der hat mich schon wieder kaputt gefahren. Ja. Einer von denen. Das ist ne Taktik von denen, glaub ich. Ja. Das ist ne richtig dumme Taktik. Ja, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Hab ich nicht gesehen. Ja. Wir sind wohl jetzt gerankt. Mit der, mit der Dings komm ich manchmal nicht ran, na. Dieses, äh, dass die Kamera auf dem Ball ist und dann seh ich nicht mehr, wenn ich ... Ja. Ja. Manchmal hilft es Quads Y zu drücken, aber... ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt schieber. Nee, komm ich nicht ran. Schieber an der Seite. Wollen wir weiter nach vorne? Verladen. Schade. Na, ist er direkt dran gewesen. Bisschen zur Seite. So, jetzt stellen wir uns aber richtig blöd an, ne? Aber es ist ein Puls, mal ein bisschen runter. Wir wissen, was wir können. Oh Mann. Was ist hier los? Waren wir mit dem Ballschirm über die Mittellinie? Ich bin mir nicht sicher. Steht da erst 3-0. Alter, Vater. Geht nicht rein. Ich geh zum Ball. Immer noch nicht rüber. Wir sind immer noch nicht. Bleibt dran, Ralle. Wir sind schon fast über die Mittellinie. Ja, wir sind über die Mittellinie. Geht weiter nach vorne? Oh, komm nicht ran. Ich habe auch keinen Lust dafür. Wie, ihn zurück zur Mittellinie? Ja. Zur Mittellinie? Oh, der geht zu hoch. Oh, ich komm nicht ran. Oh, ich treffe ihn nicht. Wollte ihn so weit wie möglich nach vorne schlagen. Melia auch. Mhm. Oh, oh. Alter. Ich habe ihn gut von der Seite wieder gekriegt. Und ich habe ihn nicht. Ich verlinne ihn nicht 13-1. Wahrscheinlich nicht, aber nur aus Zeitgründen. Nicht auch mal was können. Oh Gott. Ja, der ist auch echt schnell am Ball. Ey, das ist irre. So, gleich drei Level runter. Ich bin zerstört. Ja, komm jetzt aber. Schade. Oh mein Gott. Nein. Wir stehen da aber auch wie die Schulmädchen, ey. Abstimmung zur Aufgabe? Ja. Das ist ja bitter. Das war ja mal nix. Junge, Junge. Wir haben uns mal gezeigt, wie man das Spiel spielt. Scheiße. Und es war nur Gold, ne? Ja. Wir haben einfach Pech gehabt. Shiva, du fährst? Ich habe einen schlechten Tag erwischt. Ja. Rolle. Schön. Hast du jemanden hinten? Noch nicht. Geht nach vorn. Kann schießen. Oh ja, komm. Der ist gut. So. Sehr schön. So, mach. Wir verlieren wenigstens nicht zu null. Ja. Mach ich direkt. Ja, finde ich gut. Ich fahr nur mit nach vorne, um zu gucken, wie ihr den reinmacht. Ah, in Richtung passt. Ah, vor mir weggenommen. Hat sich sogar nicht nach direkt angehört. Äh, gefühlt. Nee. Aua. Ich bin da gerade gespawnt. Du, du bist da gespawnt. Ja, weil ich kaputt war. Dann wollte ich... Ich wusste... Ich war nicht da. Dann hat mich Shiva die Wand durchgeschraubt. Warum müssten wir eigentlich für unsere Tore immer so viel tun und die anderen nicht? Weiß ich nicht. Passiert. Ah, ich halte dich genau in die Richtung, ne? Sehr gut. Oh, alle drei von denen springen da hin. Das ist ja volles Chaos, ey. Ja. Die verteidigen nicht gut, aber sie verteidigen. Und ich komme nicht ran. Und dann fällt der Ball genau so runter, ey. Wie die den Ball da einfach treffen und er fällt ins Tor runter. Siehst du das? Ja. Aber ich glaube auch schon, dass ich das so machen wollte. Fahre ich. Hm. Da immer wieder vermehrt hinten, ne? Ja. So schön in die Mitte gelegt. Kriegst du den? Einer von euch? Mich nicht. Ich glaube, dass einer von euch geht. Gehen wir nach vorne? Ah. Ich bin nicht hinten. Ah. Hier im Tor. Ja. Ah. Ah. Einer von euch. schade haben sie vorher abgebremst den ball ich bin noch mal rein sehr schön sehr gut der geht auch direkt oder wieso steht nicht am weg ich fahre ich fahre über die kante junge 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 genau über die fostenkante ich bin hinten schön 5 sekunden für ein tor schade ein bisschen kurz ja kein toro mach mal druck ich bin genau davor ja von mir schade ja dann berecht sich das wieder aufs karte hinten ist ne wir hatten noch elf sekunden für das zweite tor mussten irgendwie reagieren wir haben noch elf sekunden für das für zwei tore naja es geht fahr drauf da vor der möhre schönste wand am praller ja willst du das nicht davor machen die haben jetzt kein gast mehr gegeben glaube ich ich habe ihn auch mit dem ball ins tor geschossen was pfeift nicht mal mehr an der pfeift nicht mal mehr an wieso das denn nicht weiß ich auch nicht normalerweise müssen wir jetzt nochmal anpfeifen oder nicht ja oder war genau auf null ne ich weiß auch nicht ja ja war auf 2 böse 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 da bist du runter berankt worden ne von dem platin naja ich 3 gegen 3 war ja noch kein platin seid ihr im spiel ja ne ja ja gut also 3 gegen 3 war ja noch kein platin nur 2 gegen 2 oh kein turbo ja geiler winkel geiler winkel schivas schivas herrlich schön oh deiner hinten schiva ok dann fahr ich bin auch noch hinten hallo schön ich mach weiter geh weiter hinten boah gut nach hinten geschossen oh sorry das ist noch geschieber nein oh du hast krass ja hättest du nicht auf der linie festhalten können oh nein ich fall da auch so doof runter ich hab ihn auch berührt aber ich fall da so doof runter also eigen Tor ja das war eigen Tor ja das war eigen Tor ja ich bin hinten ich bin hinten gut fährt mal einmal mit nach vorne ja dann wird das so knapp wieder bis zu hinten machst du Eigentore vorne machst du Tore für uns ich hab ne Tendenz erkannt das Tor ist das was zählt das Tor ist das was zählt Ralle fährt schade ich geh zum Ball ich fahr zurück 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 das ist so geil wenn du mit Tor wohl da drüber ballerst das ist so geil wirklich es ist jedes Mal dasselbe ich wurde zerstört als ich schieße wollte ich hab den Bein nicht mehr gesehen ich fahr zurück ich fahr zurück ja schieber deiner das war auch gut voll lustig oh nein ich hab's versucht aber ah kacke ähm war das dein Amelie? ja ich wollte ihn weghauen noch als letzte Rettung aber es hat nicht funktioniert ja ich ich fahr da die Wand hoch und im Moment als ich drunter fahr ist er genau ja autobreit weg ich wollte nur noch dazwischen springen aber es hat nicht funktioniert das kannst du mit zwei Toren wieder gut machen ja zum Beispiel so ja jetzt machen aber jetzt machen aber also wenn du so anfängst musst du den auch machen ich mein nicht mit zwei Tore schüssen ne ach so oh sorry dann hab ich das ein bisschen missverstanden die müssen schon richtige Tore sein aber alter Verwalter wir holen uns den da selber rein ne ja das war wieder oh wir boxen uns auch immer alle gegenseitig weg ja und ich steh da und kann nichts mehr machen oh das ist Wreckfest 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 Shiva da lege ich ihm auch super vor ey Juan Yan der schießt noch das ist wie die dritte Bude ne ja ich hätte ihn da niemals so abwehren dürfen das sind schon zwei Tore die auf meine Kappe gehen kannst du mit drei Toren wieder gut machen lass uns mal anfangen jetzt hast du noch Zeit oh man wieso kommt der da hin drei Leute fahren hier auf den Ball von denen ne die machen mich echt wahnsinnig ja in der Mitte jetzt 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 oh Gott ja schade ich geh zum Ball ich geh zum Ball na ich spiel den hier und mit über mich rüber aber und Shiva schade fahr ich hin nein da war ich zu spät neuch bin im Tor der ist echt der neben Ball der Jan Huren ne oh ja der ist zu hoch kam nicht dran oh Schieber hab ich gut vorgelegt hab ich gut vorgelegt hab ich gut vorgelegt und mir weggenommen wir haben eine Minute für drei Tore Jungs jeder von uns sollte jetzt eins machen das sind wir uns schuldig ja das sind wir also ihr beide habt schon eins ich muss noch eins mein Ehrgeiz ist echt geweckt ey eine Minute komm das können wir packen so gut sind die nicht ne ne ich geh mal auf das ich mir nach vorne ne gut abgelegt ich fein ja ja du hast aber gesagt du schuldest mir aber noch eins waaas ja er wählt mir dürfen noch eins und Ralle macht dann auch noch einen Ralle fährt erstmal da ist jetzt nach schade oh god ich hab einfach nur Ralle 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 ok bleib dran ich bleib hinten oh sorry dein Huren ist auf alle kann jemand von euch jo der passt es ist doch siehste geht doch jetzt müsst ihr aber mal eins ja weil du das jetzt so gut gemacht hast siehst du auch noch ein dritter sein oder hm ich weiß nicht also ich will schon Hattrick sehen ne ja das dritte muss jetzt sein ich steh hinten Shiva am Pferd ja da hast du deinen Namen bei dir einmal noch gleich nach vorne ey schade schade das war knapp ja schade so letztes letztes herbert schwanz ja ja ich habe schwanz weg gewinnst der hatte gut auf seinem schwanz oder was sagt man dann andere seite das tor schön ja wird aber noch mal heiß aber die schießen drüber kleb hinten an der wand ein auf dem ball der fliegt rüber alles gegen fasten gefahren ist auch geiler das war der letzte tor wo du ihn heute jetzt war direkt vorbei der geht rein ja so nicht aber ich mache den scharf das war aus meinem winkel nicht so ich hätte einfach die fresse das war so aus wenn er reingeht wir wurden geherbert das war ein klusongus schön geht vorbei ist denn mit dem tempo da ich habe mich kein tempo oh gut hammer hammer kann man den ball da jetzt noch weg machen bitte ich habe auch nichts zu sehen drauf einfach mal und die andere seite auch schade ja ach toll ich bin beim tor nehmt er mir den weg ich gehe zum ball und die geht zum ball ich komme nicht ran ich komme nicht ran hier hinten einmal aufkommen lassen jetzt bitte 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 schade ja ich habe einen scheiß winkel ich gehe zurück ich bin ja am tor komm schon oh wir stellen uns mal einen spauer an ey er passt hätte er passt ja lass mich er holt mich aus dem tor komm jetzt schön geht nach vorne gestoppt da habe ich ihn aber wenn ich mich überstehe ist hier Feierabend ja ich bin hinten oh Pfosten ok weiter bleibt man ja komm der geht gut ah scheiße ja wir uns beide nicht einig ne fahrt zurück zum ball einer einer drauf ja minuten noch für den tor lass mich oh Junge das gibt es doch nicht scheiße 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 ja egal oh nein oh nein ich wollte den ball weitermachen da ist keiner da kacke ey fuck komm 30 sekunden das können wir schaffen haben wir schon ja das haben wir auch schon geschafft jetzt direkt an anfangen vorschuss und dann läuft das ja die haben uns auch schon mal dreimal pariert mach ich jetzt mach ich jetzt oder oh nehmt direkt drauf einer bitte jetzt wollt ihr nehmen na ich treffe nicht ah ist genau vorbei so können wir nicht aufhören einen muss ich noch so können wir nicht aufhören nicht so immerhin habe ich eine sehr seltene Aufklebervorlage bekommen mega ich glaube ich wurde gerade runtergerankt wie es aussah na das passiert schneller als man denkt so hast du dir das Code auch noch nicht verdient so habe ich das Code nicht verdient so noch hast du das Code nicht dann habe ich so mein Ziel erreicht den braunengurt den braunengurt au ja alle bleibt dran schön aber schade alles gut noch mit forward so nein leider nicht gerade gegenfahren gerade ja da habe ich gespielt gesehen ich konnte nicht mehr abdremmen alles gut Druck machen an der Ecke und zerstört jetzt nach da kommt ein bisschen kurz ich bleib kurz hinten schon wieder zerstört ey ist das euer fucking ernst schade Schieber schön gedacht ich bin noch an der Mittlinie ich bin aber nichs nur eine Skier ich dachte ihr werdet seinen wird dem Richt ich bin oreinander ja bin hinten улиx ich rein war ich bin du confrontation ich bin ich bin Ger bemerklich und mach ich Lieber, komm. Nein. Sehr gut, sehr gut. Ja, hast du selbst gemacht. Wie wir uns da auch schön in der Schleife, in der Mitte und dann wieder dahinten. Oh man, ich war... Wir sind im Spiel, Jungs, wir sind im Spiel. Oh. Ich komm nicht. Der erste Ball. Nee, ich dachte immer, der zweite kommt, dachte ich, ist besser. Nee, ich spring immer drunter. Au, ich wurde gerammt. In meinem Tor. Guck mal. Alle drei? Gut. Alle zusammen. Der ist drin. Ja, und dann so. Wobei, jetzt waren wir gerade nicht alle drei am Ball, oder? Hier noch, ja. Hier nicht mehr. Ja. Ah, okay. Doch. Irgendwie doch. Shiva fährt. Okay. Ich bleibe. Boah, komm nicht ran. Deiner, Milly. Ich hätte ihn nur scharf gemacht. Bin hinten. Ich bring ihn. Ja. Geh nicht fürs Bohr. Ja, verdammt. Schönes Ding. Ich hab gelauert. Voll. Ich brauch doch mehrere Anläufe für den Pass. Ich fahre. Bin hinten, alles cool. Seid euch einig. Bin mir nicht sicher. Malle bist du da? Ja, sie können nichts. Okay. Fahr mal hin. Guck mal hin. Ah, machst du. Komm. Ja. Ralle fährt. Oh. Da habt ihr mich rausgenommen. Wir beide uns gegenseitig, ne? Ja, ja. Wir beide gehen zum Power-Up. Ja, ja, ja. Und ich dachte, ne, Shiva ist am Ball vorbei. Shiva wollte blocken, aber... Ja. Dann waren wir halt blank. Shiva fährt. Oh. Da bin ich tot. Nimm vor. Schön, bleibt dran. Wieder rein. Ich bin zerstört. Oh, vorbei. Schön, bleib ruhig dran. Ich fahre nach hinten. Oh. Ich habe keine Power. Ich stehe superkacke zum Ball. Das ist immer geil, wenn man direkt... Aber Shiva macht das, ja. Kannst du irgendwo? Oh nein. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich wollte ihn retten, aber dass der so knapp wird, der will ich nicht... Ich fahre hin. Dass der so knapp wird, dass der jetzt auch nicht auf dem Schirm mehr... Geht zum Ball. Shiva, deiner. Noch nicht, noch nicht. Sorry. Ich wollte auch noch reinspringen von hinten. Ich wollte auch noch reinspringen von hinten. Ich kam auch mit Voll-Turbo grad an. Ich dachte ich... Ich wollte ihn euch klauen. Schön. Ach du kannst mir keinen Ball klauen, Milli. Nee, habe ich eigentlich nicht geschafft. Stimmt. Oh. Geht zum Ball. Ah, nimmt er mir weg. Block ich. Oh. Shiva. Oh nein. Oh nein. Und da drüben sitzen jetzt drei Dudes und sagen, fünf Sekunden, da geht noch einer. Na klar. Und wir sind die, die blöd aussehen. Ah, hat doch noch mal nachgeführt. Nee, du musst ihn mal eben hinsetzen. Das ist das letzte Tor, was wir machen müssen. Shiva fährt. Hier noch einer. Oh oh. Aber nicht für die. Nicht für die. Yeah. Sieg. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da unten. Abo, wenn ihr nie wieder was verpassen wollt. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.